Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal mit einem dritten Teil sozusagen, denn die Space Marine Adventures, die bei Warhammer erscheinen, also bei Games Workshop, gibt es jetzt hier mit tödlicher Countdown den dritten Teil. Es ist ein kooperatives Spiel für 1-3 Spieler und wir sind hier Space Marines, die gegen Chaos-Kultisten eine Stadt verteidigen, eine Weltuntergangsmaschine sozusagen stoppen müssen. Und ja, mit euch zusammen schaue ich gerne mal in die Box, was hier mit dabei ist. Dann machen wir die Box mal auf. Und da gibt es ja schon mehrere Teile, wo wir halt immer Space Marines spielen, die halt im Endeffekt gegen Orcs oder gegen andere Bedrohungen des Imperiums kämpfen. Und ja, soll so ein bisschen heranführen an das Tabletop, denke ich mal. Hier sieht man auch, wir kommen in die Welt von Warhammer. Da ist halt das ausführlich erklärt, das Tabletop nehme ich an und jetzt reingeschaut zu haben, dann haben wir das Regelbuch. Ja, und das ist auch ganz gut gemacht, denn wir haben zum einen hier die Space Marines. Wir haben hier drei Miniaturen der Space Marines, die müssen ein bisschen zusammengebaut werden. Aber das ist ganz einfach und dann haben wir halt hier entsprechend sieben Chaos-Kultisten, die uns versuchen zu besiegen. Verschiedene Marker, Basissegmente, aus denen das Spielbrett besteht. Wir haben Würfel natürlich dabei und wir haben Karten. Das heißt, wir haben Datenkarten für unsere Space Marines und für die Gegner und wir haben Aktionskarten und Ausrüstungskarten. Ja, und dann wird hier das Spielbrett aufgebaut. Sie legen halt diese Karten aus, die Miniaturen werden platziert und dann spielt man halt gemeinsam oder eben auch Solo und versucht, diese Chaos-Kultisten zu besiegen und entsprechend Missionsziele zu erfüllen. Hier sieht man auch, wie man das Spiel gewinnt, wie viele Marines übergewonnen haben, entsprechend dann auch, wie gut der Sieg war, sozusagen ein Kampagnen-Spiel, wo man verschiedene Kampagnen spielt, was man natürlich durch diese Variablen-Aufbau, durch diese kleinen Plättchen auch ein bisschen Abwechslung bietet. Hier nochmal die normalen Miniaturen, wenn man das natürlich selber normalen möchte. Und dann hier der Zusammenbau erklärt, der ja bei dem Tabletop Hobby einfach ja nicht fehlen darf. Ja, und dann haben wir hier diverse von diesen Aufbauplättchen für das Spielbrett. Ja, beim Abmachen der Folie kommt hier schon quasi alles raus. Dann ist es mir doch nicht schlecht, dass das alles in der Folie drin war. Also wirklich sehr einfach. Wir haben ja noch ein paar Marker im Außenrand noch von diesen Standbögen. Und dann haben wir halt hier entsprechend diese einzelnen Teile, ja, sind da wahrscheinlich irgendwelche Gänge in einer Makropole, wo wir dann halt uns bewegen können und wo sich auch die Gegner bewegen. Und das legen wir halt alle miteinander. Wir haben ja bestimmte, auch bestimmte Maschinen, bestimmte Sachen, um die wir uns kümmern müssen, die wichtig sind im Spiel. Ja, entsprechend dann einiges dabei. Genau, dann haben wir hier den, dieses, ja, diese Bits, so die Einzelteile für die Chaos-Kultisten. Die muss man jetzt mit so einer kleinen Zange rauslösen und dann kann man die ineinander stecken. Muss man hier also nicht kleben. Kann man natürlich auch dann machen, um es noch sicherer zu machen. Aber die sind mittlerweile auch hier dann so, dass man sie wirklich zusammen stecken kann. Und dann entstehen dann halt die Figuren daraus. Das möchte man einfach so, dass die Leute halt auch daraus ein bisschen Lust kriegen und vielleicht auch ein bisschen, ja, die Scheu verlieren vor diesen Miniaturen. Hier sieht man die Marines. Und auch die werden da jetzt zusammen gesteckt. Dann hat man seine drei Space Marines. Genau, das sind die Füße, die Bases, wo man dann halt die Figuren draufstellt, bis sie stehen bleiben. Hier haben wir die Würfel, drei normale Sechser und einen 20-seitigen Würfel. Und ein ganz nettes Inlay, wo die Sachen reinkommen. Die Miniaturen natürlich vor allem. Und dann haben wir die Karten, die wir uns auch anschauen. Ja, dann schauen wir mal an. Dann haben wir hier wahrscheinlich diese Chaos-Kultisten-Aktionskarten. Und dann machen die halt bestimmte Dinge. Jeder Chaos-Kultist führt zwei Bewegungsaktionen aus. Wobei dann wahrscheinlich bestimmte Regeln gibt, dass man sich halt auf die Space Marines oder auf die Missionsziele zubewegt. Versteckte Sprengladungen wird für jeden überlebenden Space Marine je einen sechstelligen Würfel. Bei einem Würfel ergibt es ein, zwei wird jeder Space Marine verwundet. Hört sich auch recht hart an. Jeder Chaos-Kultist führt eine Attackenaktion aus. Okay, also das ist relativ easy, jetzt nichts wahnsinnig komplexes. Aber so werden dann halt die sieben Chaos-Kultisten gesteuert. Und hier sieht man die nochmal. Die sind natürlich hier auch nochmal schön bemalt, sozusagen abgebildet. Damit man auch sieht, okay, was könnte man dann machen, wenn man es vielleicht auch gut kann, das malen. Und da sieht man den Champion, die haben halt bestimmte Sondermöglichkeiten. Und es gibt halt die vier von denen hier, Initiat, die halt keine Sonderfähigkeiten haben, sondern auch bestimmt einfach nur auf 5 plus Treffen wahrscheinlich da oben. So, was das heißen. Ja, dann gibt es natürlich die drei Space Marines, die hier dabei sind. Bruder Sergent Artelus. Der hat halt da oben auch bestimmte Fähigkeiten. Das sind natürlich Ultramarines. Bruder Galien. Und Bruder Caesarian. Und die haben halt bestimmte Fähigkeiten nochmal, die dann zum Einsatz kommen, um diese Chaos-Kultisten zu besiegen. Und dann hatten wir, glaube ich, noch Ausrüstungskarten. Und die sehen auch ziemlich schick aus mit schicken Illustrationen. Und zum Beispiel Räche, die gefallen sind, spielt diese Karte, nachdem ein Space Marine eine Bewegungsaktion oder Attackenaktion ausgeführt hat, wenn eine oder mehrere Space Marines getötet wurden. Weder ein Segment, zu dem ein Space Marine Sichtlinien hat, wirft ein sechsjähriger Würfel für jeden Chaos-Kultisten auf jedem Segment. Bei einem Ergebnis von zwei oder mehr wird der jeweilige Chaos-Kultist getötet. Also mal, wenn doch ein Space Marine stirbt, hat man hier nochmal eine starke Gegenaktion. Mut und Ehre spielt diese Karte, nachdem ein Space Marine eine Bewegungsaktion oder Attackenaktion ausgeführt hat. Jeder überlebende Space Marine kann eine freie Attackenaktion ausführen. Und davon gibt es dann auch eine ganze Reihe. die wir dann einsetzen können, wo wir dann bestimmte Sonderfähigkeiten haben. Ist jetzt wirklich kein wahnsinnig komplexes Spiel. Aber wer ein Miniaturenspiel machen möchte, und das ist relativ schnell gespielt, 30 Minuten, auch Solo-Spielbar. Von daher habe ich es mir geholt. Und werdet ihr euch natürlich darüber berichten, wie mir Tödlicher Counter auch im Vergleich zu den anderen Space Marine Avengers-Spielen gefällt. Und da lasst gerne einen Kommentar, was ihr generell für so Spielen haltet, wie so ein bisschen so den... Gibt es ja einige auch von Games Workshop, die so Richtung Brettspiel gehen, wo halt trotzdem Miniaturen aus ihrer Range verwendet werden. Und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbeischaut, mein Blog mit einer Menge mehr Artikel rund um das Brettspiel-Hobby und auch meinem Podcast. Das war's für heute. Und wir hören uns und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann!